Mein Name ist Christian Pisch, wohne seit 1956 hier in Altrettewitz. Ich glaube, da kann ich noch so weit zurückdenken, das habe ich nie in Erwägung gezogen, mal die Insel zu verlassen. Weil, ja, dazu ist die Insel zu schön und auch das Umfeld. Und von daher gab es für mich keinen Grund. Und zumal das Anwesen ja hier, ich glaube, auch schon was Besonderes ist, das zu unterhalten und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Wir haben vor zwei Jahren ein großes Familienfest hier abgehalten und hier durchgeführt in Altrettewitz, weil das ja historisch unser Ort ist. In der Mönchguter Trachtengruppe bin ich mit meiner Frau seit Anfang der 80er Jahre. Das kann ich gar nicht mehr genau datieren. Wobei es die Trachtengruppe seit 1898 gibt. Früher war es ja ausschließlich das Altrettewitz, die Mitglieder gestellt hat. Wobei wir jetzt ja schon über die Grenzen Mönchgut hinaus sind, um dort Mitglieder zu gewinnen, die mit uns mitmachen und dieses Brauchtum pflegen und auch dem Gast, dem Touristen, dem Einheimischen nahe zu bringen. Ja, die Mönchguter Frau oder Frauen, das ist schon was Besonderes. Die haben ja insofern ja die Hosen an, obwohl ja die Hosen ja jetzt erst in der letzten Zeit dazukommen sind. Aber es gibt auf Mönchgut keine Entscheidung im Haus oder im Haushalt, die nicht ohne die Frau durchgeführt wird, egal welcher Art. Und das ist heute noch so. Also wenn ich ein bisschen Geld brauche, frage ich meine Frau.